Was geht, Leute? Wir sind wieder zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Fallout 4 und ja, ich habe einen neuesten Kuchen. Geil, ne? Äh, muss ich ja mal gucken. Was ist hier? Whisky? Nee, Cola. Gut zu dem. Was schnüffelst du mich an hier, hä? Oh, Stinker. Äh, reisen nach Greyhound. Oh. Äh, reisen nach Greyhound. Hatten wir... Achten wir den... Äh, das Funksignal von... ...viertelers Green eigentlich fertig. By the way. Wie ist es? Wie ist es? Wie ist es? Notsignal gefunden. An alle da draußen. Wenn ihr mich hört, ich bin in einem Bunker gefangen im, äh, Fiddler's Green. Da draußen krabbelt mächtig was rum. Nichts, womit ich sonst nicht fertig würde. Aber ich habe ein kaputtes Bein. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Dies ist eine Aufzeichnung. Die Nachricht wird in 30 Sekunden wiederholt. An alle da draußen. Wenn ihr mich hört, ich bin in einem Bunker gefangen im, äh, Fiddler's Green. Da draußen krabbelt mächtig was rum. Nichts, womit ich sonst nicht fertig würde. Aber ich habe ein kaputtes Bein. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Dies ist eine Aufzeichnung. Die Nachricht wird in 30 Sekunden wiederholt. Okay, warte, wir stellen uns auch mal so hin. Wenn ihr mich hört, ich bin in einem Bunker gefangen im, äh, Fiddler's Green. Da draußen krabbelt mächtig was rum. Nichts, womit ich sonst nicht fertig würde. Aber ich habe ein kaputtes Bein. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Dies ist eine Aufzeichnung. Die Nachricht wird in 30 Sekunden wiederholt. An alle da draußen. Wenn ihr mich hört, ich bin in einem Bunker gefangen im, äh, Fiddler's Green. Da draußen krabbelt mächtig was rum. Nichts, womit ich sonst nicht fertig würde. Aber ich habe ein kaputtes Bein. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Dies ist eine Aufzeichnung. Die Nachricht wird in 30 Sekunden wiederholt. An alle da draußen. Wenn ihr mich hört, ich bin in einem Bunker gefangen im, äh, Fiddler's Green. Da draußen krabbelt mächtig was rum. Nichts, womit ich sonst nicht fertig würde. Aber ich habe ein kaputtes Bein. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Dies ist eine Aufzeichnung. Die Nachricht wird in 30 Sekunden wiederholt. An alle da draußen. Wenn ihr mich hört, ich bin in einem Bunker gefangen im, äh, Fiddler's Green. Da draußen krabbelt mächtig was rum. Nichts, womit ich sonst nicht fertig würde. Aber ich habe ein kaputtes Bein. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Alles klar. Dies ist eine Aufzeichnung. Die Nachricht wird in 30 Sekunden wiederholt. Jamal. Wer sieht denn auch sowas, Alter? Ganz ehrlich. Ich bin in einem, äh, Fiddler's Green. Da draußen krabbelt mächtig was rum. Nichts, womit ich sonst nicht fertig würde. Aber ich habe ein kaputtes Bein. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Dies ist eine Aufzeichnung. Die Nachricht wird in 30 Sekunden wiederholt. Ist eigentlich eine Infektion oder so gestorben. Wenn ihr mich hört, ich bin in einem Bunker gefangen im, äh, Fiddler's Green. Wie schön. Einen Vorräuter hat er ja anschauen. Ich werde nicht fertig hören. Aber ich habe ein kaputtes Bein. Ich habe ein kaputtes Bein. Was ist das? Ja gut, dann überlassen wir auch. Was besonderes war hier jetzt auch nicht, oder? Ja gut. Ich darf nur mit Richtung Grey Garden gehen. Ja gut. Ja gut. Ja gut. Ja gut. Ja gut. Ja gut. Stimmt, wir müssen ja auch später rein für die A, ok. Hier wird einfach ein Raketenwerfer, alles klar. Stimmt, wir müssen ja auch später rein. Guck mal, er ist direkt mutiert. Läuft bei ihm. Hä? Was soll? Warte mal. Oh, oh. Yeah. Well, not this one, but of course we want to have a dangerous fight like this. Okay look fuck. Ach, come on, Digger. Also, äh, krieg mal ein freier Schussfeld. Das ist Höhenrüstung, ne, genau, brauche ich auch. Ne, müssen wir sowieso gleich für die Questen, also können wir schon mal ein bisschen aufräumen. Cutten. Cutten. Ich würde ja normalerweise Sachen liegen lassen wollen, würde. Volo 76 ist voll in mir drin, Alter. Oh, lord. Stimmt, hier müssen wir alles für die Siedlung mitnehmen. Warum müssen die Katzen ja nicht immer anfangen zu spielen, sobald ich irgendwas aufnehme? Habt ihr's bald. Lüfte ich mal. Danke. Neubau, warum wirst du nicht ausgelöst? Läuft nicht. Läuft nicht. Kein Interesse aufgeben. Okay. Läuft bei Preston. Mal ein bisschen Joggen. Äh. Läuft bei Preston. Äh. Läuft bei Preston. Z szczigerulsion. Never. Nee, ich brachte mit dem Fisch hatten, also ver催히 나�ken einem Wert. Teich mit denen du bist durch den Fuß aufgehajust dich nicht primär. Uff. Th tabi? Hör… Das war's. Oh, der Arsch, die haben ja uns mehr Dings gegeben. Preston. Oh, der Arsch, der Arsch, der Arsch, der Arsch. Oh, der Arsch, der Arsch. Ich sag mal scheiß aufs Fluss, gehen wir erst mal hier rein. Lass mich essen. Hallo! Hey, was willst du? Hey! Schieße! Los! Hey! Ich... Hey! Läuft zwischen uns alles gut? Ich muss sagen, ich versuche noch immer aus dir schlau zu werden. Aber ich hab's noch nicht aufgegeben, falls es das ist, was du wissen wolltest. Nein. Oh, nichts. Okay. Was willst du damit? Das ist aber auch wieder irgendein Komplex. In die Richtung. Da, Square Garden, fast schon. Glauben, wie wär's? Wie wär's oder Fabrik oder was das ist? Mal vorbeigucken. Was? 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 Oh! Oh Gott, oh juck, ich muss erstmal kratzen mal da. Arcjet Systems, okay, da müssen wir auch noch nicht rein, da ist das Leben nicht. Quest. Wenn wir nicht bald mal machen können. Oh Gott, oh Gott. Oh, lau. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Oh. Oh Gott. 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 Ich hab das nicht zu langsam. Mann, Katzen, reicht jetzt. Nicht viel übrig, muss früher ein friedlicher Ort gewesen sein. Oh, das ist doch nicht koch weh, oder? Ja, wahrscheinlich, Dicker. Logik, ich bin da nicht mal ansatzweise drauf gewesen. Okay, schwules Kampfmesser. Läuft. Wollen wir tragen zu viel. Oh, die Backen unter dem Scheiß, geh mal. Geschafft. Hey. Zeig... Wenn wir so bepackt sind, dann kann der jetzt auch was schleppen. Das ist mir Lachs. Was leuchtet denn da? Was? 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 Wie ist das? Was? Perfect. Okay, ich bleib auf dieser Position. Na, Preston kann nicht betreiben. Und ich sage, wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal, lasst ein Like da, teilt das Video, schaut in die Videobeschreibung, folgt mir auf Instagram, Twitter und Co und macht sich gut, macht's besser und ciao mit Vau.